Text-to-Speech ist so eine Sache. Ich kann hier wunderbar schreiben, hallo Welt, abonnier mich, aber wenn ich das dann produziert habe, dann ist es doch irgendwie nicht ganz auf meinem Rechner geschehen. Denn ja, in diesem Fall wird Google Text-to-Speech genutzt und GTTS, also quasi die Library draußen nur herum, ist leider eigentlich nur ein Interface, um mit Googles Cloud-Diensten zu arbeiten. Sprich, alle Texte, die ich hier generiere, schicke ich an Google. Und das kann Datenschutzprobleme mit sich bringen, aber halt auch Kosten. Teilweise sind natürlich die Bezahldienste ein bisschen besser, aber heute möchte ich mit euch eine lokale Alternative ausprobieren. Ja, ich habe das Ganze mal ein bisschen vorgespielt und ein paar Sachen generieren lassen. Wir hören uns das nachher einfach mal an. Okay, also grundsätzlich ist all das hier super leicht möglich. Und zwar mit ein paar wenigen Zeilen Code. Kurze Info hier unten, wir arbeiten mit Python 3.10 und mit der Library PyTTSX3. Es sollte allerdings klar sein, dass, sagen wir mal, in den letzten paar Wochen mehr Fortschritte im KI-Bereich und auch natürlich im Text-to-Speech-Bereich gemacht wurden, als gefühlt in den letzten drei Jahren. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass es hier bald auch lokale, sehr, sehr geile Alternativen geben wird. Ähm, und die erfahrt ihr natürlich bei mir vor allem. Aber jetzt gucken wir uns erstmal PyTTSX3 an. Es gibt auch ein PyTTSX4. Ähm, dazu habe ich wenig Informationen online gefunden. Ich glaube, das ist auch noch in Entwicklungen. Könnte auf Whispup basieren. Schauen wir uns irgendwann mal vielleicht an, wenn es da mal wirklich was Offizielles ist. Benutzt das aber erstmal nicht. PyTTSX ist die alte Version von PyTTSX3. Das heißt, PyTTSX3 ist halt einfach, ne, das neuere Paket. Wir benutzen die aktuelle Version 2.9, aber es kann natürlich auch gut sein, dass ihr da ein Update bekommt. So. Ah, und eine kurze Kleinigkeit noch. Es kann passieren, dass, wenn ihr das Ganze auf Windows ausführt und die Library PyWin32 nicht habt, dass es dann zu Fehlern kommt. Also installiert die gerne mit. Ihr könnt selbstverständlich auch alles mit pip install py ttsx3 machen. Das bitte einfach in der Kommandozahl ausführen. Ihr kennt das Ganze. Ein bisschen Python-Erfahrung braucht ihr für das Video hier. Habe ich euch ja schon alles gezeigt. So. Und jetzt ist eigentlich grundsätzlich erstmal der ganze Vorgang super einfach. Wir bauen uns eine Engine. Das ist im Endeffekt py ttsx3.init. Nicht .engine. Und dann können wir auch schon hier die Spracheingabe machen. Beziehungsweise die Sprachausgabe machen. Und sagen einfach hier .say. Und hier drin können wir dann eben sagen, was gesprochen werden soll. Also, subscribe to my channel, please. Das könnt ihr ruhig gerne mal machen. So. Und wenn wir das gemacht haben, dann ist es immer noch nicht ganz fertig. Sondern wir müssen das Ganze auch zum Laufen bringen. Dann sagen wir hier engine.runandwait. Und das ist im Endeffekt schon alles. Wenn ich das Ding jetzt hier ausführe. Subscribe to my channel, please. To my channel, please. War gar nicht so furchtbar. Ich weiß nicht, ob ihr das tatsächlich hören konntet. Ja. Also, ihr seht, es sind vier Zeilen Code. Die Ausgabe ist jetzt nicht wahnsinnig qualitativ hochwertig. Aber es funktioniert. Und es funktioniert natürlich leider erstmal nur auf Englisch. Und nicht so super geil. So. Was ihr also anpassen könnt, das zeige ich euch natürlich auch noch. Und das sind vor allem einige Rates. Beziehungsweise Parameter erstmal. Also, bevor wir .say machen. Ihr könnt wirklich alles, was in einem String sein kann, ausgeben. Und in dieser Pi-TTS-X3-Engine drin sind einige TTS-Engines verbaut. Also sowas wie SAPI-5. Sowas wie NSSS. Hört sich falsch an. Ist aber ein Sprachengine, auch wenn man es nicht glauben würde. Sowas wie eSpeak. Das ist da alles drin verbaut. Und ihr könnt, das zeige ich euch einmal ganz kurz. Ihr könnt euch hier die vollständige Dokumentation durchlesen. Einfach pi-ttsx3.readthedocs.io. Oh, das ist halt die URL, die man immer für Python-Programme findet. Oder Libraries findet. Genau. Aber ich will euch trotzdem noch ganz kurz zeigen, was die jeweils eigenen Eigenschaften machen. Und das machen wir hier oben direkt, bevor wir die Engine irgendwas sayen lassen. Und zwar einmal die Rate. Das ist die Sprachgeschwindigkeit. Ich stelle es jetzt einfach mal ein bisschen hoch. Und zwar Engine. Also Rate ist gleich Engine.getProperty. Und wir wollen uns die Rate rausziehen. Die Rate sollte standardmäßig 100 sein, glaube ich. Hoffe ich. Ich mache das mal ganz kurz. Ich printe mal kurz die Rate. Und wir exiten das Ganze hier vorne dran mal. Damit ich hier das auch sehen kann. Ohne, dass ich was gesprochen bekomme. Ah, 200 sogar. Okay. Dann wollen wir das hier ein bisschen hochsetzen. Oder ein bisschen runtersetzen. Ihr könnt das machen, wie ihr das eben braucht. Und ich sage jetzt hier einfach mal Engine.setProperty von Rate. So, warum habe ich die vorher ausgelesen? Naja, weil ich sie hier benutzen möchte. Also mir ist eigentlich egal, wie hoch die Engine ist. Ich möchte einfach sagen, ey, du funktionierst jetzt mal bitte doppelt so schnell. Beziehungsweise 1,25 mal so schnell. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, Rate mal 1,25. Das ist schon mal sehr hilfreich. Allerdings ist es ein Float. Das sollte auch eigentlich ein Float sein. Wir kopieren das hier. Wobei, nee, wir konvertieren das Ganze hier vorher mal in Integer. Das sollte auch passen soweit. Und gucken uns danach nochmal kurz die Rate an. So. Und das funktioniert. Die Rate ist allerdings immer noch 200. Es sollte aber trotzdem was getan haben. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Subscribe to my channel, please. Also, es hat auf jeden Fall funktioniert. Auch wenn da noch 200 steht. Ich weiß nicht, ob diese Funktion hier verbuggt ist mit dem Auslesen. Aber wir haben sie im Endeffekt jetzt für 1,25. Also es geht jetzt einfach schneller. Habt ihr vielleicht auch ein bisschen gemerkt. Subscribe to my channel, please. Ich weiß nicht, ob das die deutsche Stimme ist. Anyways. Wir haben natürlich auch mehrere Auswahlen für die Stimmen. Ah, und wir können natürlich auch die Lautstärke ändern. Das ist eine Kleinigkeit. Ups, das war die falsche. Das ist eine Kleinigkeit hier. Ihr könnt einfach Volume ändern. Also Volume. Und dann einfach auch die Volume verwenden. Indem ihr halt Get Property von Volume macht. So. Von Volume. Und dann einfach sagt mal 1,25 oder mal 0,25. So, dann machen wir es ein bisschen leiser hier. Ah, ja. Ich sollte vielleicht das hier raus machen. Und den Print kann man eigentlich auch raus machen. Subscribe to my channel, please. So, ihr habt es gehört. Es ist sehr viel leiser. Ist in Ordnung soweit. Also ich würde es jetzt vielleicht nicht so leiser machen. Aber 0,75 kann man machen. Dann habt ihr den Code auch da, damit ihr seht, was man verändern kann. Okay. Also das ist jetzt quasi drei Viertel Lautstärke. So, jetzt wollen wir natürlich auch eine andere Voice benutzen. Und das können wir machen, indem wir hier engine.setProperty auch wieder benutzen. Aber jetzt wollen wir hier einmal die Voice verändern. Und jetzt wird es hier ein bisschen interessant. Denn wir müssen hier uns tatsächlich mal angucken, was haben wir eigentlich für Voices. Und zwar alle unsere Voices ist engine.getProperty von Voices. Und dieses Mal kommt eine Liste zurück an Voices, die wir haben. Ich printe euch das mal eben. Print Voices. Mal gucken, ob das funktioniert. Das sind zwei Voice-Objekte. Einmal haben wir hier vorne ein Voice-Objekt. Und einmal haben wir hier hinten dran ein Voice-Objekt. Es gibt nur diese zwei. Und wir haben hier die Möglichkeit, diese... Ach ja, richtig. Ich habe das hier weggelöscht. So. Diese beiden Stimmen hier zu setzen. Das heißt, wir sagen hier einmal Voices von 0 zum Beispiel. .id. Wir müssen IDs angeben für diese Voices. Und diese Voice-IDs sind im Endeffekt, wenn ihr die 0. Voice nehmt, also die erste, dann ist es die männliche Stimme. Achtung. Zeige ich euch. Subscribe to me, Chanel, please. Ah, das hat nicht ganz funktioniert. Stimmt nicht. Ich habe gelogen. Ich habe gerade mal ein bisschen was ausprobiert. Subscribe to my Channel, please. Ihr seht das hier. Ähm, und zwar, diese Stimmen sind natürlich, wie sie bei euch auf dem System sind. Theoretisch kann das natürlich dann drauf ankommen, wie ihr die Stimmen drin habt. Und wenn wir uns das Ganze mal genauer angucken. Voices von 1.id. Ähm, benutzt im Endeffekt die Stimme T... Moment. Ah doch. TTS, MS, also Microsoft, also Text-to-Speech, Microsoft, Englisch, US, CIRA, Version 11.0. Das sind die Stimmen, die unter HK, Local Machine Software, Microsoft Speech, Voices Tokens entstanden sind. Und, ähm, ihr habt jetzt hier natürlich die Möglichkeit, aus den Stimmen von eurem System einen rauszufinden. Und wir sehen hier, dass Voices von 0 eine deutsche Stimme, nämlich die Header-Stimme sind. Also H-E-D-D-A. Das ist auch eine Microsoft-Stimme, die übrigens wirklich sehr, sehr gut sind. Ähm, und diese Voices von 0 ist halt eine deutsche Stimme. Deswegen funktioniert Subscribe to my Channel, please, nicht wirklich gut. Aber, ähm, ihr könnt da im Endeffekt alle Stimmen von eurem System durchlaufen lassen. Wir wissen jetzt, dass wir zwei hier drin haben. Ähm, ihr könntet auch einfach durchgehen hier, vor I in, äh, Voices. Printen wir uns doch mal die Voice-ID durch, ja. Ähm, Voices von, äh, vielleicht brauchen wir gar nicht. I.ID. So, dann haben wir alle IDs. Subscribe to my Channel, please. Und ich habe in meinem Fall jetzt tatsächlich nur Header und CIRA installiert. Aber ich kann das natürlich jetzt auch ändern. Das schauen wir uns gleich an. Ähm, ganz kurz bevor wir hier das fertig machen, will ich euch nur kurz zeigen, dass ihr das natürlich auch in eine Datei speichern könnt. Save to File, äh, einmal, ähm, ja, zum Beispiel Subscribe to my Channel, please. So, das können wir hier reinpacken und sagen, wir speichern uns das in, wir hatten hier einen Ordner dafür, ne? In Files, ähm, Slash, das muss ein Raw-String sein, Slash, was machen wir? Ähm, tts.mp3. Ups, mp3, nicht mp4. So. Subscribe to my Channel, please. Und jetzt sollte ich hier eine Datei test, äh, tts.mp3 liegen. Auch eben mit genau dieser Stimme, äh, gesprochen. Also im Endeffekt, ihr könnt euch entscheiden, ob ihr es ausgeben lassen wollt, oder ob ihr es, ähm, direkt eben einfach in eine Datei speichert. Wenn ihr es in eine Datei speichert und anschließend playen wollt, geht das mit PlaySound. Das haben wir allerdings in einem anderen Tutorial uns mal genauer angeguckt. So. Also, ähm, wie kann ich jetzt also Stimmen vielleicht im Nachhinein noch wählen? Naja, ähm, ich hab gerade mal das Ganze so ein bisschen geguckt und, äh, ich sag mal so viel, es, ich mach ein extra Tutorial dazu, weil es einfach thematisch hier überhaupt nicht reinpasst. Ihr könnt hier, wie gesagt, einfach die ID übergeben mit der Stimme, die gesprochen werden soll und dann sollte das auch funktionieren. Wir ändern das Ganze jetzt mal in Deutsch um, dann seht ihr auch, wie die deutsche Stimme sich mit deutschem Text anhört. Und, äh, sagen wir mal, ich mach hier mal das 1,2,5 raus. Das hört sich so an. Abonniert meinen Kanal. Danke fürs Zusehen. Cool. Und ja, dann in dem Fall abonniert meinen Kanal. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.